Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Rocket League. Dieses Mal zusammen mit Alpha One. Ich bin gespannt was wir so reißen werden. Ich suche mal ein schönes Doppel für uns. Das machen wir. Ich habe übrigens mein Schleifchen heute wieder auf dem Dach. Du hast dein Schleifchen und wahrscheinlich auch dein Minirock wieder an oder? Ne den trage ich nicht mehr. Ist jetzt nicht die Saison dafür. Ist noch zu kalt ne? Ja. Außerdem zieht den eh nur an wenn ich ins Kino gehe weißt du doch. Entschuldigung das habe ich vergessen. 50 Schachteln für Grey oder wie der heißt. 50 Schachteln in Grau ja. Die wollen nicht gerne oder was ist da los? Unter einen finden wir es nicht aber das soll uns ja nicht stören. Bist du da? Ja da habe ich aber geschubst hier. Ich habe hier voll das schöne Ruckeln gerade. Jedes Mal habe ich das Gefühl die Kamera hat sich komplett verstellt. Aha. So doch nicht. Ich habe mal eben sagen können dass er daneben springen ne? Ja toll. Ja toll. Das läuft ja wieder wunderbar hier. Aber hast du das auch so ruckelig bei dir? So doberhaft? Ne. Nicht stark aber dennoch merkelig. Ganz komisch. Merkelig? Merkelig ja. Ja. Danke Merkel. Achso. Wolltest du nicht halten? Ich habe mich zu spät entschieden zu fliegen. Achso. Das geht ja auch nicht. Weißt du auch meine Reaktion? Ja deine Reaktion das ist wie so eine... Da haben die davon. Geht doch. Nicht so. Nicht mit dem Commander. Aber echt ey. Mit dem heißen Lötkolben. Ich habe immer noch massig Zeit das wieder aufzuholen. Shit, 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 shit. Was ist denn wenn du da reinkommst in das Gedönse? Ja. Ja. Das ist wenn du in der Woche nicht spielst. Was machst du denn da? Dir den Ball zu passen. Der kommt mit. Ja. Aber da hat er mich gerammt wieder. Mein Controller schmeißt ja echt irgendwann in die Ecke ey. Ui. 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 Meine Skills sind heute ja auch wieder. Ja. Bei mir ist das nicht anders. Ui. Ui. War dein Tag so? Entspannend möchte ich sagen. Ja. Ich war schon wieder arbeiten heute. Ich hatte mal schon. Ich bin mal gerade so ein bisschen explodiert. Habe ich gesehen. Habe ich. Doch nicht. Ja. Habe ich gesehen wie du den hast. Mich nervt das Geruch gehört so ein bisschen. Hätte ich gesagt. Was? Wofür denn da ankommen? Leider nicht weit genug. Gott. Allah. Jetzt bist du wieder. Ich muss. Nein. Doch. Nein. Was für eine Parade ey. Man ist wirklich eine Parade. weil er ein bisschen gegen den Ball gefahren ist. Er ist gut. Naja. Passt du nicht ganz auf. Ah. Wir spielen uns heute wie ein zusammen. Ja. Im Zeugnis steht. Weil stetig. Stetig. Scheiße. Und er kann es ja mitgehen. Nein. Ich habe ihn mitgegessen angetan. Gehe ich raus? Nee. Scooter. Ich habe ganz spontaniges organisiert gekriegt. Aha. Aber so tolle war das diesmal nicht. War enttäuschend. Oh ich könnte doch mir so ins Erbsen so sein. auch noch mal daneben springen ich meine torwartskill sie sind echt da kam er noch mit dran und hat ihn reingeprügelt um meine torwartskills sind aber auch mega oder ihr sollt nationaltorwart werden aber da gibt es schaden hier ich habe da schon wieder fast die sinnkrise gekriegt das ist aber sehr schön hier bei dir so ein duett vorbei hops das nenne ich mal solidarität das müssen wir noch beim schnellen aus dem tor hier machen muss ich dafür nicht zuschlag bezahlen einfach ein pass ja ich habe geschlafen sorry ich habe geschlafen eben ich habe noch nicht genug schubhinder gekriegt also auf einigen maps ist das maps einigen arenen sind diese micro recht echt nervig ich spiele an der band erhielt mal ja ich hab mir auch ganz so gesagt gott oh gott matrix still 5000 auch anders schlechter werden wir sollten vielleicht auch mal vorher an 1 2 3 runden so ein gewinnungsspiel spielen hey wieder auf silber zurückgefallen yeah läuft so das ist doch normal oder läuft wir sind wieder bei gold 2 also alles gut die liga ist mir auch relativ unwichtig hauptsache man hat Spaß dabei und da regeln sie da jener Punkte ich sag da fehlt echt ne tabelle wo du dann ans team hingehst und dann kriegst du drei punkte und dann auch Schnee ach Gott und dann so nen porno namen da wie kann man sich nur two source nennen ich sag mal ha 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 wie als peter mal ha 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 ganz komisch lacht ja das ist der titel holen oder den es ließ vorbeifahren gott dann nicht reagieren sehr gut matrix und das 20 wo du musst wahrscheinlich für gold zu strecken für super zu gut ist noch was dazwischen ja mittelmäßig ach ja nicht so wie ich gerne haben wollte hätte gehabt getan sein müsste aber doch verarscht jetzt fuck ich schieße heute was los das sind die gemeinen quetschwellen aber er revanchiert sehr gut alles im mittelfeld ab ein histor so muss das auch ganz gut ich hätte immer so blöd auf die motorhaufe drauf haben die kann überhaupt mutter oben die emotion kabel die der maler kaputt macht einfach wo bleibst du ich hab die defensive line gewählt ich hab die fans line gespielt so das war für moos ich prügel den erstmal irgendwo hin ich rügel den thema solange ins tor ramm bä 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 das war ein bisschen sehr zaghaft das gehört blog lustig ich finde es lustig und zwar lustig wenn du hast du hast du hier auf dieser farmer map das schreibt ich glaube ich auch cool und auf dieser chinesen ab da ja wenn es auch so viel für andere sachen die man hier so spielen kann hier so mittelfeld passen das ist auch so ausbekommen können dass man sich das auswählen kann auch mal es eingeschaltet haben möchte oder ähnlich so soundpacks meister ja ich werde mir jetzt mal hier ein tor sound hier von der bundesliga hier aufpacken habe ich aber auch der mann doch nur menschen aber wie anwalt kommt da nicht dran dabei ist mittig hat er geblockt zurückgeblockt mein blog dein wort unser blog welche voll in die zange genommen worden links und rechts ein gegner und dass sie rankommen hat und aus dem vorwerden ich habe eine vorlage bekommen das sieht so wütendlich aus und das war weiß was nicht über den reingefossen haben aber ich habe ja schon er hat doch schon ein jeder 30 gefordert hier ist immer nein ich trage nicht ja das waren zwei runden mal das ganze machen wir keine mehr dafür meine noch welche die aufnahme ist das mal in der zwei runden sehr gut das weiß ich ja nicht ja ja du bist doch jetzt meine ersatz tante deswegen habe ich auch das schleifchen auf dem dach genau deswegen fragte ich auch wegen den minirock vorhin wobei ich gar nicht weiß ob die erdbeer tante auch mini röcke trägt müsstest du sie mal bei gelegenheit fragen egal ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß gehabt und schaltet auch das nächste mal wieder ein wenn es sei ist auf jeden Fall lass dir was einfallen also ganz ehrlich das würde mich jetzt auch interessieren mit dem mini röcken alles klar so in diesem Sinne haut rein bis dann ciao ciao